Was geht ab? Euer JankTV ist am Start. Ja Leute, heute mal zu einem FAQ. Ja und wir sehen uns im FAQ. Und die erste Frage ist von Leni. Leni fragt, wie finden deine Eltern, dass du YouTube machst? Also meine Eltern hatten am Anfang, die wussten gar nicht. Ich wollte einfach mit dem FAQ-TV anfangen. Ja und danach haben wir halt einfach angefangen. Und danach bei so 20 Abonnenten haben wir dann noch gesagt, habe ich halt meinen eigenen Kanal eröffnet. Und wir sehen uns bei der zweiten Frage, Leute. Und fragt euch nicht, wieso ich gerade jetzt da hingucke, weil ich die da aufgeschrieben habe. Und wir sehen uns gleich. Ja und die zweite Frage ist von Nice Girl. Nice Girl fragt, hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Und ja, wir sehen uns bei der dritten Frage. Die dritte Frage ist von Teryl Aziz. Fragt, wieso spielst du Fußball und nichts anderes? Also, ich spiel Fußball, weil ich schon von meiner Kindheit Fußball spielen wollte. Ja und ich hab was meinem Vater versprochen. Ja und wir sehen uns bei der vierten Frage. Die dritte Frage ist von Dilia. Fragt, würdest du deine Schwester für 265.000 Euro verkaufen? Nein, würde ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Geschwister habt oder nicht, wie die heiß. Ja und wir auch echt heiß, Leute. Und wir sehen uns gleich. Die Frage ist von Thomas. Thomas fragt, hast du vor, einen Vlog zu machen? Jo, hab ich vor. Und zwar, Großberg, vielleicht treffen wir uns da ja. Und vielleicht so nach, also morgen oder so glaube ich. Oder ich höre dich, Leute. Auf jeden Fall. Am Ende gibt es noch, ja, was zu sprechen, Leute. Wir sehen uns bei der letzten Frage, Leute. Und wir sehen uns bei der letzten Frage, Leute. Und wir sehen uns bei der nächsten Frage, Leute. Vielen Dank.